Unsere Kritik am Antrag der CDU bedarf keiner weiteren Worte. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, noch ein bisschen was zum SPD-Antrag einzugehen. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Ich zitiere ganz kurz hier aus dem Antrag, Konzept für eine Videoüberwachung in den feststellbaren Zonenverminderter Sicherheit sollen entwickelt werden. Hier folgt die SPD, hier folgt auch die SPD, den Stöckchen, die Ihnen das rechtsbürgerliche Lager hinwirft, das rechtsbürgerliche Lager und schlimmer, hinwirft. Meines Erachtens ist das aber nicht der Hauptpunkt, sondern ich möchte eingehen auf den Begriff Zonenverminderter Sicherheit, weil sich darin meines Erachtens ein völlig verengter Sicherheitsbegriff widerspindet. Lutz Gätschmann hat schon unsere alternativen Stadtentwicklungskonzepte angesprochen. Sie finden den ja auch auf Top 26, da werden wir heute nicht zu kommen, aber wir werden über Verbesserungen der Lebens- und Aufenthaltsbedingungen am Stern sprechen, den wir eingebracht haben. Ich möchte diesen Sicherheitsbegriff mal versuchen ein bisschen zu erweitern. Zonenverminderter Sicherheit sind zum Beispiel Bereiche, in denen sich Wohnungslose, Alkohol, Drogen und andere Kranke, Migrantinnen und Migranten aufhalten. Diese Personengruppen, unter Ihnen vor allem die Frauen, sind besonders gefährdet, besonders bedroht, also besonders unsicher. Diese finden sich aber in dem Antrag an keiner Stelle wieder. Es wird an keiner Stelle auf die wachsende Bedrohung in Deutschland, in Hessen, in Kassel und weltweit hingewiesen, der diese Personengruppen zunehmend ausgeliefert sind und damit können wir nicht davor gehen. Zonenverminderter Sicherheit sind auch der Bereich der Beschäftigung im sozialen Bereich zum Beispiel. Zonenverminderter Sicherheit, also prekär im Sinne des Wortes, sind Beschäftigtenverhältnisse von Sozial- und Schulassistenten, die unter Zahlungen, die über Zahlungen an freie Träger von der Stadt bezahlt werden und unterbezahlt werden. Das, meine Damen und Herren, ist Unsicherheit. Also, es ist schon angesprochen, und ich will noch einen Wortmann zitieren, der hier im Antrag steht, dieses Recht endet dort, wo andere Bürgerinnen und Bürger belästigt werden. Das ist rein subjektiv. Das kann überhaupt kein Faktor für staatliches Handeln sein. Ich fühle mich belästigt von sonst wem. Das kann nicht der Maßstab sein. Öffentlicher Raum ist öffentlich und bleibt öffentlich. Keine weiteren Einschränkungen durch die Stadt. Durch privatwirtschaftliche Nutzen öffentlicher Plätze ist der Aufenthalt für bestimmte Bevölkerungsgruppen, ich habe es vorhin schon genannt, schon jetzt stark eingeschränkt. Es kann nicht angehen, dass wir deren Lebensqualität weiter einschränken. Das ist nicht mehr Voli-Männlichkeit. Bitte. Vielen Dank.